Nach dem gestrigen Match war ich ein bisschen verunsichert, da ich da gewisse Probleme hatte, aber das Qualifikationsergebnis oder Qualifikationswettkampf hat mir wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben und mit dem Selbstvertrauen konnte ich dann im Finale auch sehr gut. Das umsetzen, was ich gewöhnlich tue, hat auch sehr gut geklappt. Ich glaube, der größte Gegner von mir bin ich selbst. Ich möchte versuchen, einen guten Wettkampf zu leisten und ich bin der Einzige, der mich daran hindern kann. Im Endeffekt ist es egal, ob ich Erster oder Siebter werde, solange ich einen guten Wettkampf schieße. Es gibt viele andere gute Schützen, die genau das gleiche Potenzial haben, wie ich. Es geht einfach nur darum, die Technik sauber durchzuziehen und zufrieden von der Linie zu gehen.